Hallo, mein Name ist Zommer von der SIBs Medienproduktion mit einem kurzen Tooltip für euch. Gerade wenn man Interviews schneidet, ist es ganz schön, wenn man sich im Source Viewer die Wellenform anzeigen lässt. Diese findet man unter den drei Punkten Show Full Clip Audio Waveform. Und dann erscheint die hier unten. Manchmal reicht die Ansicht aber noch nicht ganz aus, und man möchte weiter reinzoomen. Da gibt es dann noch eine zweite Ansicht, Show Zoomed Audio Waveform, und mit dieser kommt ihr noch wesentlich weiter in die Wellenform hinein. Und wenn ihr sie nicht mehr braucht, einfach abschalten und alles ist gut. Ja, ich hoffe es hat geholfen. Gerade bei Interviews oder Sprache ist es ganz gut, wenn man einen vernünftigen Workflow hat. Denn ein vernünftiger Workflow ist generell gut. Also dann bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Zommer. Zommer, 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 Zommer. Zommer, 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 Z